Liebe Zuschauer, wie jeden Mittwoch begrüße ich euch wieder zu einer neuen Folge unserer DJZ-News. Herzlich willkommen. Im österreichischen Kaisers kam es in der Nacht vom 9. auf den 10. Februar zu einem schockierenden Ereignis. In einem sogenannten Reduktionsgatter wurden 33 Stück Rotwild innerhalb kurzer Zeit getötet. Diese Maßnahme war zuvor vom Landesverwaltungsgericht angeordnet worden, weil zuvor nicht genug Tiere auf dem Gemeindegebiet erlegt worden waren. Als Grund für den hohen Abschuss wurde die Bekämpfung von Tuberkulose genannt. Das Landesveterinäramt zeigte sich in einer Pressemitteilung mit dem Ergebnis zufrieden. Die Stücke seien in wenigen Minuten schonend und tierschutzgerecht entnommen worden. Der Bürgermeister der Gemeinde zeigte sich dagegen schockiert. Die Aktion habe etwa 45 Minuten gedauert und viele der Stücke hätten schlechte Schüsse erhalten. Inzwischen haben auch mehrere Jagdverbände auf den Vorfall reagiert. Unter anderem die Tiroler und Salzburger Jägerschaft sowie der Bayerische Jagdverband. Allesamt verurteilten die Maßnahme aufs Schärfste. Um die ASP ist es in den Medien wieder etwas ruhiger geworden. Doch das Virus breitet sich weiter aus. Auch in der vergangenen Woche wurden in Polen wieder zahlreiche Fälle nachgewiesen. Die neuen Nachweise fanden allesamt im Osten des Landes statt. In der Nähe der Grenze zu Deutschland scheint die Lage derzeit unter Kontrolle zu sein. Trotzdem rüsten sich die an Polen grenzenden Bundesländer weiterhin. In Sachsen wurde jetzt das THW angefordert, um beim Zaunbau zu helfen. Dieser soll an weiteren 80 Kilometer der Grenze aufgebaut werden. Knapp ein Jahr ist es her, dass ein Jäger von Polizisten auf einem Friedhof in Bochum in Nordrhein-Westfalen erschossen wurde. Das eingeleitete Verfahren gegen die Beamten wurde bereits am 31. Januar diesen Jahres eingestellt, wie aus einer nun veröffentlichten Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bochum hervorgeht. Ermittlungen des Polizeipräsidiums Essen hätten ergeben, dass die eingesetzten Polizeibeamten von einem gegenwärtigen Angriff des Jägers ausgehen konnten. Daher sei der Schusswaffengebrauch aus Gründen der Notwehr rechtens. In Bayern geht der Prozess gegen einen Jäger wegen Luchswilderei nun in die nächste Runde. Der 54-Jährige war im September vom Amtsgericht Scham wegen einer Tötung des Luxes zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Während der Jäger vor dem Landesgericht nun einen Freispruch erwirken will, fordert die Staatsanwaltschaft eine härtere Bestrafung. Der Jäger könnte mit seiner Forderung Erfolg haben, denn nach den Angaben eines Richters könnte die Tötung des Luxes bereits verjährt sein. Der Prozess wird am 19. Februar fortgesetzt. Das waren wieder die wichtigsten Meldungen der vergangenen Woche. Vielen Dank fürs Einschalten und bis nächsten Mittwoch. Bis dahin, Weidmannsheil. Bis zum nächsten Mal.